Hallo zusammen und herzlich willkommen zur kirchlichen Trauung von Valeria und Mark hier in der Kirche zu sulgen. Herzlich willkommen liebe Eltern, Trauzeugen, Paten, Onkel, Tanten, Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geht es um den Segen Gottes. Eine Liebe, eine Ehe, jede Beziehung gelingt nicht dann besonders gut, wenn die Hochzeitstorte sechsstöckig war, wenn der DJ 2000 Franken gekostet hat, wenn man sich das Ja-Wort auf einem Schiff oder in einem Heißluftballon oder in einer schnuckeligen Kirche zugesprochen hat. Das sind alles Äußerlichkeiten. Ich glaube, Menschen brauchen Gottes Segen, wenn ihre Beziehung gelingen soll. Nachdem ihr euch in einem Grümpelturnier kennengelernt habt, war es für euch beide recht schnell klar, das ist der Mann, die Frau für mich. Also da ging es schon um Zeit. Ihr genießt die gemeinsame Zeit, dieser Satz fiel auch. Ihr nehmt euch Zeit für Reisen, für die Grand Tour Schweiz zum Beispiel. Wir alle wünschen euch das so sehr, dass eure Zeit, die ihr miteinander haben werdet, die Ewigkeit ist. Und ich möchte schließen mit einem Gedicht. In diesem Gedicht sagt ein Liebender zu seinem geliebten Menschen, weil du die Tage zu Schiffen machst, die ihre Richtung kennen, weil dein Körper lachen kann, weil dein Schweigen Stufen hat, weil ein Jahr die Form deines Gesichts annimmt, weil ich durch dich verstehe, dass es Ewigkeit gibt, liebe ich dich. Und immer offen für Neuanfänge bleibst. Dann sage auch du bitte, ja, ich will. Ja, ich will. Sehr liebend. Gebt euch nun die Rede als Zeichen eurer Liebe und Treue. Zeichen und Treue. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.